Perfekt, das funktioniert. Soll ich den Enchantment-Table machen? Ich hab den nämlich jetzt. Bringt aber eh nix, wir haben noch nicht mal annähernd genug Bücher. Ist doch egal, wir haben Enchantment-Table. Ey, Mann, mit diesem Mod. Wir können uns aber... Das ist grad mal in der zweiten Aufnahme. Ja. Aber das funktioniert, wir können uns damit schön Diamann herstellen. Kann man den mit Eisen wieder herstellen? Kann man den mit Eisen? Kann man den mit Eisen abbauen? Ja, ne? Ja, kann man. Aber lass den erst mal weg. Okay. Bunkern wir mal in ne Kiste ein. Tun wir einfach in meine Kiste hinten, da hinten am Bett. Am Bett, okay. Dann tue ich auch mal Zauberding rein, ne? Okay. Das Atmung 3 hab ich hier noch. Und die Minimum-Scherbe, ne, komm, ich mach mir auch ne Kiste. Dann tue ich die in meine Kiste rein. Ha. Schmeiz. Du 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 du. Und so irgendwie ist das... Okay, unser Rubberbaum produziert kräftig. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen uns jetzt das erste Gerät. Ich will mal wissen, was kann man ausrätzen. Wow, was ist denn hier was? Wenn ich die Minimum-Steine in der Hand hab? Oh. Ist der dann vergiftet oder was? Ne, aber das sieht ja komisch aus. Oh. Guck mal, was ich gemacht hab. Ich hab das hier umgewandelt. Haha. Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Mach das wieder rückgängig. Geht nicht. Tut mir leid. Mann. Immer nur scheiß. Nix. Ja, war es denn nicht. Ich hab halt die in der Hand gehabt und hab da drauf geklickt. Sag mal, wieso haben wir eigentlich so wenig Kupfererz? Kupfer? Ja, Kupfererz. Ich hab doch Kupferblase. Das sind auch so sechs. Also ich hab nix mehr. Das ist viel zu wenig. Also ich hab nix mehr. Wieso finden wir eigentlich davon nicht so viel? Ich hab da früher dermaßen so viel gefunden. Das gibt's gar nicht. Du hast noch... Ne, warte mal. Wie viele Diamanten kann ich jetzt? Ich kann noch zwei Diamanten machen. Das bringt ja nix. Ich mein, damit wir ne... Gut, wir brauchen eigentlich keine Diamantspitzhacke, ne? Wo hast du den erst abgebaut, den Diamanten, ne? Nein. Nicht. Wie hast du den gemacht? Gar nicht. Hä? Piste. Meinst du doch. Dann können wir doch jetzt... Äh, haben wir noch das Hellholz? Äh, lass mich nachdenken. Ich brauch Zinn. Ich brauch Zinnerz. Hellholz. Wir tun die Karten total düchtern, dass ich da was machen, ne? Zinnerz. Hier, da Zinn. Kabel vergessen. Zinn, brauchst du Zinn? Zinn, hier ist Zinn. Zinnerz. Äh, Zinn, Zinnbahn. Habe ich. So, dann haben wir eine Batterie. Die Batterie kombinieren wir jetzt mit den... Wo sind die Öfen? Wo sind die Öfen? Da hab ich weg. Da. Da. Eisenöfen. Da. Da hin. Da sind meine Fackeln da drin. Dann brauchen wir nur noch verbessertes Eisen und dann haben wir es. Das Eisenereilen wir einfach so, indem wir hier Eisen nehmen. Äh. Mehr Eisen. Hm. Und schmelzen das nochmal. Ach, ist gewachsen, warte mal. So, zack, zack. Und dann haben wir auch schon einen Generator. Da kann ich gleich mal gucken, wie man die Backbox baut. Nicht viel anders. Achso. Sehr kleiner. Kleiner Speicher. Also wir brauchen Holz, drei Batterien, ein Kabel und oben Holz. Drei Batterien, ein Kabel. Drei Batterien, ein Kabel. Drei Batterien werden wie gemacht? Zinn, Redstone und Kabel. Mhm. Achso, also hier oben drei Kabel. Jetzt hab ich das Zinn abgelegt. Ich kastele. Hab ich den Redstone noch? Ja, den Redstone hab ich noch. Ach, aus so einem Holz kann man einen Tropenholz machen. Aus einem Stein können wir uns Grasblock machen und aus einem... Da geht nichts raus, da geht auch nichts draus, da geht auch nichts draus. Geht da was draus? Ne. Wir können hier viel zu viel machen. Aus einem Grasblock können wir uns Sand machen. Ist das klar, dass wir uns hier viel zu viel machen können? Aus dem Sand können wir Sand machen? Was ist denn das für ein Scheiß? Aus Holz können wir uns... ...Ruchenholz herstellen? Aha. Aus dem können wir nichts herstellen. Aus dem hier können wir uns... Tobier. Okay. So, zwei Generatoren. Jetzt brauchen wir nur noch eine Batterie. Oh, 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 oh. Naja, um was herzustellen, ist das hier einfacher. Gucken wir noch mal durch, was wir hier noch so machen können. So, was kann man hier noch machen? Aus einem Obsidian können wir uns Holz herstellen. Okay. Aus vier Obsidian können wir Eisen herstellen. Aus vier Klebenblöcke können wir uns Eisen herstellen. Äh, 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 äh. Mann. Wo ist das Zinn jetzt? Aus acht Eisen können wir uns ein Goldbarren herstellen. Und aus einem Goldbarren können wir uns acht Eisen herstellen. Das ist ja geil. Und aus einem Diamanten können wir auch wieder vier Gold machen. Also das ist schon alles gute Start. Ah, aus vier Eisen können wir uns eine Enderperle herstellen. Okay. Wo ist denn jetzt das Zinn hingekommen? Oder bin ich zu doof, um das zu sehen? Ich finde das Zinn nicht mehr. Hey. Wo ist das jetzt? Hä? Hast du das? So völlig aufgenommen. Zinn. Warte, warte, warte. Äh, da ist nichts drin, Moment. Hm, nein. Die müssen Bann sein. Kann ich dir die gegeben. Das kann doch nicht einfach verschwinden. Ich hab's in meinen Rucksack nicht. Nee, ich tu die mal weg. In meinen Rucksack ist jetzt nichts mehr drin. Wo ist denn jetzt das Zinn? Ich hab doch Zinn Bahnen gehabt, oder hab ich die jetzt alle verbraucht? Kann sein, ja. Hm. Ah, Zinn haben wir ja genug. Habe ich die tatsächlich verbraucht? Ähm. Wo sollen die Generatoren hin? Ja, einfach mal irgendwo hin, wo sie nicht stören. Da an die Wand weg ich mal. Da, hier. So. Ja, da hin. Machen wir zwei. Damit wir doppelt so viel Strom haben. Für was brauchen wir ja Strom? Wir haben doch nichts mehr mit Strom. Ähm. Oder? Hm. Mit der Spitzer würde ich die jetzt nicht unbedingt abbauen. Eisen. Du kannst die mit Eisen Spitzer abbauen. Ja. Okay, bei den anderen Geräten geht es nämlich nicht. Ja, das geht nur bei den Generatoren. Die sind dann im Arsch. Mit der Range sind sie ja nur zu ein paar Prozent ganz, oder? Oder war das komplett? Nee. So, wenn du da jetzt mit deinem Dingser machst, würde ich jetzt mal mit dem Zaubern vielleicht mal anfangen. Ich brauchte aber ein Bücherregal für. Hm. Ach ja, genau. Ich habe ja zwölf Robber noch. Ja, das Zinn kann nicht brennen, wenn keine Kohle drin ist. Ich weiß nicht, ich Idiot. So. Jetzt brennt's. Aber ich nehme mir so ein. Ja. Ne, weil das macht so eine Sichel eigentlich. Was? So eine Sichel. Goldsicle. Kann man sich craften. Ich glaube, da bringt man aus Gras dann nur Samen raus oder so. Gold. Wo ist das? Was auch gar nicht mal so verkehrt ist. Ich habe jetzt Gold eingegeben. Wo ist denn das? Ja, Goldsicle. Fragezeichen. Ich habe da Klee eingegeben. Oh. Nö. Wird nix. Keine Ahnung. Dumm. 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 Also ich fange doch mal an hier mit. Zaubern. Also ich kann einen Zauberstab mir herstellen. Und jetzt bräuchte ich ein Bücherregal. Zinn. Das ist doch hier niemals Zinn. Das müsste eigentlich aber anders aussehen. Ich verstehe das nicht. Irgendwie sind hier zwei Mods drinnen, die die beiden Stoffe beinhalten. Hm. Naja. Sinnlos. Was ist eine Holzschwelle? Ich bräuchte drei Bücher. Ich kann nicht mit der Holzschwelle verkloppen. Leder habe ich da. Zuckerrohr habe ich hier auch. Müsste ich auch mal anbauen machen. Das mache ich mal schnell. So. Das Zinn reicht eigentlich schon. Dann lassen wir mal schnell. Ich kann nur zwei Bücher machen. Ach nö. Falsch so. Ja ich kann nur zwei Bücher machen. Ich brauche aber drei Bücher. Hast du noch irgendwo Zuckerrohr oder so? Ja. Hast du? Mhm. Nein. Komm her. Das habe ich schon genommen. Ja weißt du. Dann nicht mehr. Dann gehe ich mal auf die Suche nach Zuckerrohr. Außer ich nehme die drei aber dann haben wir nichts mehr. Weil wenn du schon mal mit dem da anfängst, kann ich ja schon mal mit dem Zaubern anfangen. Mhm. Da ist Zuckerrohr. Hol ich mir mal schnell. Wie viel Uhr ist es? Tag. Ey da ist eine Ruine unter Wasser. So. Zuckerrohr geerntet. Okay. Steine Stufen haben die hier. Okay. Dass der Mod das auch unter Wasser generiert, ist auch was Neues. Auf dem Web sieht man das ja auch. So. Unisoliertes Kabel. Zack. Wird isoliert. So. Dann machen wir mal das Buch. Oder besser das Bücherregal. Dann müssen wir ja später da noch mehr draus machen. Puts. Puts. Nö. Müssen wir nicht. Für den, für den Enchantment Teil. Hä? Mhm. He 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 he. Okay dann brauchen wir Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. So jetzt musst du mal hingucken. Oh, was hast du hier? So, musst du mal hergucken jetzt. Stell jetzt hier ein Buch, Bücherregal hin. Ja, ja und jetzt? Guckst du hin, 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 guckst du hin. So, jetzt kann ich zaubern. Bäh. Guck mal was ja alles gibt, da kann man alles voll äh, zaubern. Die hat. Äh, wie kann man das herstellen? Okay, der kriegt Strom. Man kann jetzt hier auch das lesen und so einen Scheiß, aber das finde ich eigentlich nicht. Enchantment. Okay. Äh, ich brauche jetzt einen. Okay, wir produzieren jetzt offiziell Strom mit unseren eigenen Generatoren. äh, ich brauche drei Bretter, also Stufen, Treffer, Bretter. Ich nehme ein anderes Holz, damit wir hier, ne, da. Wir haben ja drei Flints da, ne? Drei Flints? Ja, ungefähr schon, ja. Ich hab acht. So, das ist jetzt meine persönliche Workbench hier. Die Kaffee, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du hier reinlegst, bleib da drin liegen. Komm mal her, alles was du hier reinlegst, bleibt drin liegen. Siehste, ne? Siehste das? Nicht? Ja, doch. Mag ich aber nicht so. Wieso? Obwohl, eigentlich ist es praktisch, wenn wir später das Zeug zusammen kräften. Ja, deswegen, das ist eigentlich auch ganz gut, weil es gibt nämlich auch noch andere, da gibt's auch, da kannst du dir auch so ein dauerhaft liegenbleibendes Ding machen, aber hier ist es halt billiger, weil hier brauchst du nur einen Zauberstab und so einen Tisch. Und das war's. Ja, ich brauche jetzt aber noch so einen Tisch. Ich brauche noch zwei solche Tische. So, ich weiß, bei mir geht's gerade ein bisschen durcheinander, aber keine Sorge, ich habe hier natürlich überall einen Plan. Ja, wir alle haben einen Plan. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, wie er jetzt den Strom abgibt, ansonsten brauche ich einen Ranch, dafür brauche ich den Kupfer und das ist scheiße. Aber ich glaube, der Stromausgang ist hier, wo dieses Dings ist, ne? Aber warte mal. Wo war das denn? Da. Das hier brauche ich. Ah, ne, 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 ne. Ich brauche eine Glasflasche, eine Feder und einen Tintensack. Glas ist gut. Wir haben hier viel. Glas. Haben wir Glas noch irgendwo? Ja. Kann sein. Dann mache ich mir mal eine Glasflasche. Gut, ich kann ja mir nur drei machen. eine Glasflasche, eine Feder. Haben wir eine Feder? Ja. Ja.